Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Kürzlich trudelte mir zu meiner eigenen großen Überraschung eine Einladung in den Reichstag ins Haus. Die Mitarbeiter von Gero Hocker hatten mich tatsächlich auf dem Zettel und es ging um die wichtige Frage, ob sich Straftaten und Gemeinnützigkeit ausschließen. Über Facebook und andere Kanäle habe ich meine Angelfreunde über diesen Besuch in Berlin informiert und das möchte ich euch auch auf diesem Wege hier zukommen lassen. Bleibt dran, um mehr von einer sehr interessanten Pressekonferenz und weiteren Infos rund um Peter und die Machenschaften anderer Radikaler zu erfahren. Zugegeben, ich habe überlegt, ob es sich lohnt, eine so lange und beschwerliche Reise bis nach Berlin zu unternehmen. Aber für besondere Anliegen und die Frage der Gemeinnützigkeit von Peter ist uns schon länger ein besonderes Anliegen, hat mich dann nach Berlin fahren lassen. Als Nicht-Jurist ist es nicht ganz einfach, einer extrem juristischen Darlegung zu folgen und das Ergebnis bestätigt das, was ich mir auch mit gesundem Menschenverstand schon gedacht habe. Ich zitiere einmal aus dem Gutachten. Der Begriff Tierrecht ist der deutschen Rechtsordnung fremd und der individuell beigemessene Begriffsinhalt daher vielgestaltig. Die Förderung des Tierschutzes ist ein nach § 52 Absatz 2, erste Nummer, 14 Abgabenverordnung als gemeinnützig anerkannter Zweck. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass Organisationen bei der Abfassung ihrer Satzung die in § 52 Absatz 2 Satz 1 Abgabenordnung genannten Zwecke wörtlich benennen. Es reicht daher aus, dass sich aus dem Zusammenhang ergibt, dass mit der Förderung von Tierrechten die Förderung des Tierschutzes gemeint ist. Eigentlich sollte es bei Peter also um Tierschutz gehen. Ich frage mich, warum Peter ausdrücklich betont, keine Tierschutzorganisation zu sein, sondern auf dem Begriff Tierrecht herumpocht. In meinen Augen, wenn auch juristisch sicherlich nicht sicher greifbar, ein Indiz dafür, dass es Peter nicht um Tierschutz geht. Auch, und das habe ich in der Pressekonferenz ausdrücklich angemerkt, die Tatsache, dass Peter den allergrößten Teil seiner Einnahmen nicht für Tierschutzprojekte, sondern für Personalkosten, Rechtsstreitigkeiten und Propaganda in eigener Sache verprasst, lässt mich persönlich annehmen, dass der Tierschutz bei Peter nicht so wichtig genommen wird und deshalb eine Anerkennung äußerst fragwürdig ist. Ich zitiere mal weiter aus dem Gutachten. Nicht als gemeinnützig angesehen werden kann eine Tierrechtsorganisation dann, wenn sie den Rahmen der Förderung des Tierschutzes im Sinne dieses § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 14 Abgabenordnung dadurch verlässt, dass sie dezidiert Tierrechte als Äquivalent zu Menschenrechten einfordert. Und hier sehe ich ganz eindeutig einen Verstoß von Peter zur Gesetzeslage. Denn genau das macht Peter. Ich erinnere hier nur an die Klage von Peter wegen irgendwelcher Rechte eines Affen. Da wollte Peter tatsächlich und öffentlichkeitswirksam für einen Affen entsprechende Bildrechte geltend machen. Ich meine mich zu erinnern, dass es um Bildrechte ging. Ich habe das jetzt nicht genau parat, aber ihr erinnert euch vielleicht, diese Klageerhebung im Namen eines Affens kam von Peter. Wer hätte im Falle eines Sieges in diesem objektiv schwachsinnigen Rechtsstreit eigentlich die zugesprochenen Gelder bekommen? Peter etwa? Wie netter Tierschutz ist das denn? Gelder einklagen, weil nach Peters Auffassung Affen die gleichen Rechte wie Menschen haben? In meinen Augen ist das totaler Quatsch und durch das Gutachten sogar als Verstoß gegen die gesetzliche Abgabenordnung zu werten. Unser Steuergeld, sage ich nur. Die zweite Frage aus dem Gutachten war folgende. Setzt die Anerkennung einer Organisation als gemeinnützig ein rechtstreues Verhalten voraus? Und nach welchen Maßstäben wird ihr das Verhalten Dritter zugerechnet? Ich zitiere nochmal aus der Zusammenfassung des Gutachtens. Selbstloses, gemeinnütziges Handeln unterscheidet sich aus der Perspektive des Staates in struktureller Hinsicht fundamental vom Gebrauch privater Freiheitsrechte und unterliegt daher stärkeren Bindungen. Und diese Bindungen beschreiben die Juristen ausführlich. Ein rechtstreues Verhalten ist elementare Voraussetzung der Anerkennung einer Organisation als gemeinnützig, weil die steuerliche Privilegierung ihre Rechtfertigung in der Förderung der Allgemeinheit findet. Was in diesem Sinne dem Allgemeinwohl dient, ergibt sich im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat maßgeblich aus den Wertungen des Gesetzgebers. Dies bedeutet nicht, dass jeder Rechtsverstoß der Anerkennung einer Organisation als gemeinnützig entgegensteht. Aber das Handeln einer Körperschaft wäre allerdings dann nicht mehr auf die gesetzestreue Verwirklichung des Satzungszwecks gerichtet, wenn die tatsächliche Geschäftsführung der Körperschaft objektive Anhaltspunkte dafür bietet, dass der Wahrung der Rechtsordnung keine überragende Bedeutung beigemessen wird. Keine überragende Bedeutung beigemessen wird. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir wissen, was Peter alles macht und müssen bedenken, was die Spinner von Peter da so alles fabrizieren. Da wird zu Steinewürfen aufgerufen. Ich erinnere nochmal an das Video da. Es wird in meinen Augen absolut lächerlich irreal und es werden Personen der Öffentlichkeit über Pressemitteilungen diffamiert, bevor diese überhaupt irgendeine Anzeige oder sonst etwas ins Haus bekommen haben. Bei den öffentlichen Diffamierungen denke ich zum Beispiel an Klaus Augenthaler, Materia oder Sido, die alle in irgendeiner Form angebliche Rechtsverstöße in Verbindung mit dem Angeln begangen haben sollen. Mit Veit Wilde habe ich diese Tage gerade noch sprechen können. Auch er wurde ja von Peter gleich in die Öffentlichkeit gezerrt und eine Anzeige angekündigt. Veit hat mir auf Anfrage gesagt, dass ihm bisher noch gar nichts vorliegt. Die Diffamierungspropaganda läuft aber schon. Erkennt ihr die Methode? Was soll dieser Quatsch, über ungelegte Eier zu reden? Ich bin kein Jurist, aber wird hier nicht gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen? Und ist es nicht eine riesige Sauerei, wenn mit Dreck geschmissen wird, bevor es irgendwelche juristische Urteile gegeben hat? Ich bin kein Jurist, aber den Indubiosatz kenne ich auch recht gut. Dürfen in einem Rechtsstaat Verurteilungen à la Peter tatsächlich erfolgen? Ist das Gemeinnützigkeit? Wie wäre es, wenn wir Angler und vor allem die betroffenen angezeigten Angler alle einmal in die Öffentlichkeit gingen? Anzeige gegen Peter wegen Verstoßes gegen allgemeine Persönlichkeitsrechte. Wenn schon, denn schon. Diese miesen Machenschaften können Angler genauso gut und miese Schlagzeilen mag Peter auch überhaupt nicht. Die letztjährige Initiative zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit ist zwar letztlich abgeschmettert worden, war aber trotzdem klasse und wir brauchen mehr solcher Schlagzeilen gegen Peter. Wenn Peter das so locker handhaben kann, warum können wir Angler das nicht auch? zeigen auch wir die rechtswidrigen Angriffe von Peter gegen uns an und liefern gleich unser Urteil in der Öffentlichkeit dazu. Mal sehen, wie Peter das findet. Mies ist das. Richtig mies. Und in meinen Augen ist das verwerflich und nicht durch den Staat zu fördern. Ich zitiere nochmal weiter aus dem Gutachten. Der Gesetzgeber hat die Konturierung der Anforderungen, die an ein rechtstrauiges Verhalten von Organisationen zu stellen sind, weitestgehend der Rechtsprechung und der Finanzverwaltung überlassen. Dies führt nicht nur zu Rechtsunsicherheit, sondern auch dazu, dass ein verfassungsmäßiger Steuervollzug nicht immer gewährleistet werden kann. Das heißt, es besteht ausdrücklicher Handlungsbedarf beim Gesetzgeber, da Rechtsunsicherheiten im Umgang mit diesen Machenschaften von Peter besteht. Verfassungsmäßiger Steuervollzug ist nicht gewährleistet. Gero Hocker und die FDP möchten das unbedingt abstellen und haben schon entsprechende Initiativen im Bundestag eingebracht. Grüne und auch andere Parteien sehen keinen Handlungsbedarf. Bisher. Mal sehen, wie das jetzt nach dem Gutachten weitergeht. Machen wir erstmal weiter mit dem Zitieren. Ähnlich ist die Lage hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen rechtswidriges Verhalten einer Organisation zugerechnet bzw. angelastet werden kann. Es geht darum, dass PETA-Leute, also PETA-Angehörige als Einzelpersonen Rechtsbrüche begehen und die Frage, ob man das dann der Organisation anrechnen kann. Dabei behilft sich die Rechtsprechung mit mehr oder weniger geeigneten Anleihen bei zivilrechtlichen Zuordnungsregeln. Insbesondere auf eine Zurechnung durch zu eigen machen fremder Handlungen, etwa mittels der Social-Media-Kanäle, ist vieles noch ungeklärt. Auch hier ist kaum zu erwarten, dass rechtlich verlässliche und effektive Strukturen allein durch Rechtsprechung und Finanzverwaltung geschaffen werden. Wenn ich das jetzt mit meinem laienhaften Juristenverstand interpretiere, geht es um die Zuordnung von Straftaten zur Organisation, hier also zu PETA. Also wenn ein Idiot, der natürlich ein PETA-Fan ist, eine Straftat begeht, wird das als privates Handeln interpretiert, obwohl solche Straftaten von PETA als OK legitimiert und nach verschiedenen Aussagen auch aktiv unterstützt werden soll. Ich zitiere weiter aus dem Gutachten. Es ist daher Aufgabe des Gesetzgebers, Anlass, Schwere und Häufung der Rechtsverstöße zu gewichten und Maßstäbe der Zurechnung des Verhaltens Dritter zu entwickeln. Das heißt, es gibt die im Moment nicht. Zudem hat er Instrumentarien zu schaffen, die eine entsprechende Sachaufklärung unterstützen. Als Handlungsoptionen kommen insbesondere in Betracht Konkretisierung des Vorbehalts rechtmäßigen Verhaltens als Grundvoraussetzung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit, Regelungen über die Zurechnung des Verhaltens Dritter, insbesondere des Zueigenmachens fremder Aussagen oder Handlungen gegenüber gemeinnützigen Organisationen, Anpassung der Mitteilungspflichten gemeinnütziger Organisationen, einführende, flankierende Meldepflichten, beispielsweise von Gerichten. Auf meine Nachfrage, warum das nicht schnellstens passiert, wenn der aktuelle Zustand als problematisch erkannt ist, musste mir Dr. Gero Hocker antworten, dass er im Bundestag momentan keine Mehrheiten für solche Vorhaben sieht. Ich empfinde diese Ausführungen als Grundsätzlichkeiten im Miteinander und kann mir gar nicht vorstellen, dass es jemanden im Bundestag geben kann, der gegen eine Korrektur von rechtlich fragwürdigen Zuständen ist. Was ist das denn? Offensichtlich möchten bestimmte Parteien an bestimmter Stelle PETA und deren Machenschaften schützen. Um es ganz konkret zu sagen, ich sehe hier die Grünen besonders in der Pflicht, dem fragwürdigen PETA-Verein die Tür zu schließen. Nachdenken sollten aber alle, die nach einem solchen Gutachten die Augen und Ohren schließen, weil ihr politischer Partner vielleicht nicht so ganz glücklich damit wäre, wenn man anderer Meinung ist. Witzigerweise wurde sofort nach der Veröffentlichung dieser Pressekonferenz und dieses Gutachten als YouTube-Video hier auf Facebook mit Dreck nach Gero Hocker geschmissen. Nicht gegen das Gutachten und diese Initiative an sich, sondern mehr so nach dem Motto, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Das kam ja jetzt mit dem Gutachten von echten Fachleuten. Es wurden völlig andere Dinge aus der Klamottenkiste gekramt und im übertragenen Sinne argumentiert, wenn du mir was tust, dann tue ich dir auch was. In meinen Augen, also denen eines Außenstehenden, ein eindeutiger Beweis dafür, dass das Gutachten gesessen hat, dass das ein Treffer, ein Stich in empfindliche Bereiche war. Zwar wurde auch von Gefälligkeitsgutachten geschwafelt, aber sorry, liebe Tierrechtler, auch ohne juristischen Background, ohne den studierten Sachverständ dieser Juristen sind die Ausführungen für mich absolute Selbstverständlichkeiten, wenn man die miesen Machenschaften mit Menschenverstand betrachtet. Da gibt es nichts zu diskutieren. Wer dauernd an der Grenze der Legalität herumeiert, dauernd unschuldige Leute diffamiert oder Tiere mit dem Menschen gleichsetzen will, der hat keine Gemeinnützigkeit und kein Steuergeld von unserer Allgemeinheit verdient. In den Augen der anerkannten Juristen und auch nach meiner Überzeugung besteht dringender Handlungsbedarf und wer sich als Politiker dagegen wehrt, gehört abgewählt. Umgekehrt, wer sich um die Belange der Angler kümmert und solche Missstände angeht, sich um Machenschaften gegen uns kümmert, dem gehört meine Stimme, meine Sympathie und meine Zuwendung als leidenschaftlicher Angler. Ich mache euch dieses Video, weil es auch wieder etliche riesige Probleme mit Peter und deren kriminellem Handeln gegen uns Angler gegeben hatte. Einige traurige Schlagzeilen habe ich euch hier unten in den Videokommentar bzw. in die Videobeschreibung mit hineingepackt. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmals aufrufen, nicht still und ruhig zu bleiben, wenn Peter-Aktivisten und andere radikale Tierschützer gegen Angler agieren, wenn sich Grüne für Peter einsetzen. Wir müssen laut und wehrhaft sein und wir haben noch ein scharfes Schwert im Schaft. Ich hole da mal ein bisschen weiter aus. Im Winter gab es ja diese extrem dubiose Werbung von einigen Spielern aus der deutschen Handball-Nationalmannschaft für Peter. Ich war extrem empört, denn einer der Spieler, der für Peter Werbung machte, war sogar ein Angler. Ob der überhaupt wusste, wofür er sich da ausgezogen hat? Die Handballspieler haben sich einfach nackig ausgezogen und irgendeine Peter-Propaganda da unterstützt. Ich habe den DHB wegen dieser Sache wie folgt angeschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Handball-Fan und war lange Zeit begeisterter Zuschauer. Die wichtigen Spiele der Nationalmannschaft sind nunmehr vorbei und ich möchte Ihnen an dieser Stelle meinen Unmut über eine sehr unüberlegte Werbeaktion einiger Nationalspieler bekunden. Es geht um die Nacktaufnahme einiger Spieler für die radikale Tierrechtsorganisation Peter. Peter ist eine extrem amerikanische Organisation, deren Gemeinnützigkeit gerade durch eine Petition mit vielen zehntausenden Unterschriften in Frage gestellt wird. Die Stiftung Warentest hat festgestellt, dass von den vielen Millionen Euro Spendengeldern nur ein sehr geringer Teil dort landet, wo die gutgläubigen Spender diese erwarten. Unwirtschaftlich ist das vernichtende Urteil von der Stiftung Warentest. Wenn Sie selbst diese Geschäftsberichte analysieren, werden wertvolle und gut gemeinte Spendengelder für insbesondere Personalkosten und Werbung in eigener Sache, übrigens auch Bandenwerbung in Fußballstadien, Asche auf mein Haupt, ausgerechnet Borussia Dortmund verschwendet. Ich halte es für falsch, dass sich DHB-Spieler für diese Organisation einsetzen, da sie hiermit den unwirtschaftlichen Spendenfluss für Peter nur verstärken und somit anderen, wesentlich sinnvolleren Tierschutzorganisationen die Spendengelder entziehen. Da Peter sämtliche Tierhalter, auch Blinde mit Blindenhund zum Beispiel, und viele Naturfreunde wie Angler, Jäger, Reiter und so weiter angreift, ist ein Großteil der deutschen Bevölkerung von dem fragwürdigen Spendensammeln von Peter betroffen. Mit freundlichen Grüßen, Uli Bayer. Die Antwort vom DHB kam prompt und für mich war das eine klare Distanzierung des DHB von Peter. Sehr geehrter Herr Bayer, vielen Dank für Ihre Nachricht. Dies war keine Kampagne der deutschen Handballnationalmannschaft. Hier haben sich einzelne Spieler engagiert. Peter ist kein Partner des Deutschen Handballbundes. Wir werden mit den Spielern, die sich hieran beteiligt haben, über deren Motivation diskutieren. Dies wird jedoch erst nach der EHF Euro 2020 geschehen. Für mich problematisch und wieder eine bewusste Täuschung der Öffentlichkeit durch Peter. Denn natürlich kam die Werbung genau in dem Moment, als der DHB mit der Meisterschaft im öffentlichen Fokus stand. Meine Bitte um Nachricht über die erfolgte Diskussion nach dieser Euro mit den betroffenen Spielern blieb dann jedoch vom Handballbund leider unbeantwortet. Und trotzdem, und genau das müssen wir immer wieder alle machen. Immer und immer wieder unangenehm dort nachfragen, wo falsche Eindrücke durch Peter geschaffen werden. Wenn unsere Stars und Personen der Öffentlichkeit solchen Mist machen, dann müssen wir diesen Stars schreiben. Wir müssen sie möglichst zahlreich fragen, warum sie das tun. Wir müssen diese Werbeträger, diese Spendensammler für Peter aufrütteln und ihnen erklären, was sie da für einen Mist tun. Wir müssen ihnen klar machen, dass hier gut gemeintes Spendengeld in falschen Kanälen versickert und in meinen Augen, beziehungsweise unseren Augen, fragwürdige, vielleicht sogar rechtswidrige Organisationen wertvolles Tierschutzgeld zu Unrecht erhalten. Wenn sich besonders viele von uns regelmäßig die Mühe machen, einen netten Fanbrief zu schreiben, einen Brief, in dem wir unser Unverständnis für dieses Engagement, für dieses problematische uns alle belastende Peter-Konstrukt ausdrücken, wenn hoffentlich körbeweise Briefe bei den Stars und Organisationen eintrudeln, weil tausende Angler, Jäger, Tierhalter, Reiter, Zofreunde und viele mehr sonst wie negativ von Peter-Betroffene ihre Empörung über falsches Engagement bekunden, dann wird sich so mancher dieser Stars überlegen, ob er es wieder tut und vielleicht auch, ob es richtig war. Manch anderer Star, wenn er mitbekommt, dass sich dagegen dann auch eine Allgemeinheit auflehnt, wird sich überlegen, ob er es überhaupt tut. Gut, ihr dürft mir gern eure Meinung, vielleicht auch eigene Aktivitäten gegen Peter mit euren Ideen hier unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht wisst ihr auch, was Peter alles für Mist verzapft hat. Schreibt mir das hier unten hinein. Ich würde so gern Janik Kohlbacher selbst fragen, was er sich bei dieser Nacktaktion für Peter ausgerechnet als Angler gedacht hat und ob er wirklich wusste, dass die krass und radikal vieles und auch unser liebgewonnenes Angeln verbieten wollen. Es gibt viel zu tun. Lasst es uns machen. In diesem Sinne wünsche ich euch frohen Mut, viel Engagement mit offenen Augen und Ohren, weiterhin viel Petri Heil und Freude beim Angeln, die wir uns von diesen Spinnern nicht verbieten lassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Uli Bayer.